Bruno, lass uns was tun! Es geht tun! Es geht tun! Nein, sie will was tun! Was ist eigentlich mit deinen Knieschmerzen? Keine Tatarin! Haaa, Tabletten! Anders als bei Tatarin reichert sich der starke Wirkstoff von Tabletten direkt im entzündeten Gewebe an. Genau dort, wo es weh tut, lindert er Schmerzen bis zu 12 Stunden. Bruno! Tschüss, Voltarin! Voltarin-Schmerz-Gilforte lindert bis zu 12 Stunden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren A- Bruno!